Unser letzter Talk ist von Katja Mayer, die einzige, glaube ich, die von unseren Speakerinnen nicht Mathematik studiert hat, sondern Physik. Okay, auf jeden Fall zum Thema Open Science und du stellst die Frage, was kommt jetzt nach Open Access. Katja Mayer ist Soziologin, sie arbeitet im Bereich Wissenschaft und Technik und unterrichtet in Linz und in Wien, Wissenschaftsforschung, Wissenschaftskommunikation und Webwissenschaften. Eines ihrer großen Projekte aktuell beschäftigt sich mit Open Research Data in Sozialwissenschaften. Und was mich besonders freut, ist, dass du Teil der OK bist, du bist in der Arbeitsgruppe Open Science. Genau, so wie ich in der OK bin, darum freue ich mich so. Also, ja, Open Science Gruppe ist da. Also, bitte. Also, ich fange da mal an, ich brauche auch irrsinnig lang, also es wird ein langer Vortrag. Zuerst fange ich mal an, auch indem ich sagen möchte, danke MetaLab und ich sollte MetaLab schöne Grüße von Jeffrey Schnapp ausrichten, von MetaLab Harvard, mit dem ich gerade vorhin geredet habe. Und der gemeint hat, als sie damals das MetaLab in Harvard MetaLab genannt haben, haben sie Angst gehabt, ob da es irgendwelche Konflikte mit dem MetaLab in Wien geben könnte. Hat es nicht, ist auch irgendwie ein bisschen ein anderer Ansatz dort. Nichtsdestotrotz richtet er ganz herzliche Grüße aus und meint, es sollte da mehr Austausch geben. Also, so viel vorweg. So, jetzt zum Thema Open Science. Ich habe noch den Kryptoknick in der Optik. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt selber da so schnell umsteigen kann, aber ich werde es versuchen. What science becomes in any historical era depends on what we make of it. Das ist ein Zitat, das ich immer verwende in ganz vielen Lehrveranstaltungen, weil ich eben sehr stark daran glaube, dass es unsere Kraft ist, wie wir unsere Methoden und wie wir auch zum Beispiel die Neutralität von Methoden definieren, dass es unserer Kraft obliegt, was damit passiert. Ich frage jetzt nur mal kurz in die Runde. Wer weiß nicht, was Open Access to Publications ist? Das ist gut, weil dann brauche ich nämlich nicht so lange. Ich werde die Präsentation auch zur Verfügung stellen, dann kann man hier auch Links und so weiter anschauen. Dann gebe ich mal diesen ganzen Teil weg, den ich vorbereitet habe in Case of. Ich möchte nur feststellen, damit das auch, weil das ja hier eine Informationsveranstaltung ist, dass auch alle darüber Bescheid wissen, dass es das Open Access Network Austria gibt. Eine sehr spannende Plattform meiner Meinung nach, weil hier ganz viele wissenschaftliche Organisationen und Forschungsorganisationen in Österreich, untypisch für Österreich, sich zusammengeschlossen haben, um auch einmal gemeinsam an einem Strang zu ziehen und eine gemeinsame Stimme gegenüber einer Politik zu vertreten. Da geht auch dann was weiter. Also wenn sich mal die Leute zusammenfinden, dann gibt es tatsächlich Dinge, die sich bewegen können. Und hier gab es zum Beispiel im November die erste Release der Open Access Empfehlungen, die man nachlesen kann im Internet und die sehr, sehr gut aufgenommen wurde bis jetzt. Und es sieht so aus, als würden ganz viele dieser Empfehlungen auch in die offizielle österreichische Politik übernommen werden. So, aber jetzt, wie soll ich sagen, Open Access sind wir schon recht weit. Es gibt ganz viele Institutionen, die schon Open Access Policies haben, im Forschungsbereich, im Publikationsbereich. Und jetzt fängt es auch an im Bereich der Daten, der Forschungsdaten. Aber vielleicht gehe ich nochmal einen Schritt zurück und versuche zu erklären, dass, und ich glaube, das ist hier auch der richtige Ort dafür, also auch da wird hier schon viel Wissen vorhanden sein, was das überhaupt bedeutet. Und die Open Science Bewegung ist ja Teil eines größeren sogenannten Open Movements, wo es einfach sehr viele unterschiedliche Felder gibt, die zum Teil auch überlappen. Und das muss man auch immer in dem Kontext dieses Movements sehen. Hier auch vermutlich sehr bekannt die sogenannte Open Definition. Ich bin da jetzt keine Fundamentalistin. Ich finde, es ist okay, wenn man Teile davon verwendet. Es ist nicht erst dann offen, wenn man alle diese Dinge erfüllt. Aber wie ihr euch vorstellen könntet, da gibt es natürlich auch die sogenannte Open Police, die da sehr streng ist und sagt, man kann nur von Open reden, wenn irgendwie all diese Dinge erledigt sind. Open Science besteht aus unterschiedlichen Herangehensweisen. Das ist jetzt auch eine sehr rigide Einteilung, die auch sehr stark überlappend ist. Open Access ist bekannt. Ein großer neuer Schwerpunkt ist auf Open Research Data. Ich sage auch immer dazu Materials, weil es gibt in den qualitativen Sozialwissenschaften oder in den Humanities Bereiche, wo man nicht unbedingt von Data im klassischen Sinn sprechen kann oder auch im Sinne einer Data Science, sondern wo es einfach sehr viel unterschiedliche, unstrukturierte Materialien gibt, auch Audio, Video und so weiter. Dinge, die man nicht so einfach strukturieren oder homogenisieren kann. Dann gibt es den Bereich Open Source. Eh klar, im Wissenschaftsbereich würde ich das auch eher Open Methods nennen. Also da geht es ganz stark darum, dass man zum Beispiel im Ablauf einer Methode oder auch in der Entwicklung einer Methode Einblick möglich macht. Das heißt, dass man es entweder dokumentiert, was man tut. Also da gibt es zum Beispiel in der Chemie die Leute, die Open Notebooks betreiben. Das heißt, wo wirklich tatsächlich alles, was im Labor passiert, sofort öffentlich zugänglich notiert wird und dann auch kommentiert und annotiert wird. Da ist schon ziemlich viel passiert. Das passiert jetzt auch in der Biochemie zum Beispiel sehr stark. Im Rahmen der Zika-Forschung, also der Erforschung des Zika-Virus, hat es da einige wirklich auch tolle Open Notebook Labs und Zusammenschlüsse gegeben, die schon sehr viel gebracht haben. Aber es müssen nicht Open Notebooks sein. Es gibt da auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man seine Methoden offenlegen kann. Auch wiederum in den qualitativen Wissenschaften oder in den Soft Sciences, ein dummer Begriff, wäre es vielleicht eher so, dass man die unterschiedlichen Forschungssubjekte, weil wir eben schon, das Wort ist jetzt hängen geblieben natürlich, dass man die auch mehr einbezieht und deren Eigensinnigkeit mehr berücksichtigt. Insofern gefällt mir dieser Ansatz sehr gut. Dann gibt es den ganzen großen Bereich und da ist, glaube ich, so der Leonard hier eher der Experte, aber vielleicht gibt es auch noch andere hier in der Gruppe, der Open Education, Open Educational Resources. Das ist eine ganz, ganz große Bewegung, die in unterschiedlichen Ausprägungen schon relativ weit fortgeschritten ist. Also zum Beispiel in Amerika ist es so, dass ganz viele große Stiftungen, wie die Gates Foundation oder die Hewlett Foundation zusammen mit Creative Commons eine regelrechte quasi Policy, wie sagt man, Policy Campaign oder so eine Hardcore-Policy-Attacke gefahren sind, dass tatsächlich jetzt die Gesetze dahingehend geändert werden, dass an öffentlichen oder an Colleges, an sogenannten Community Colleges Open Textbooks verwendet werden müssen und dass eben kein Geld mehr dafür ausgegeben wird, dass immer wieder sozusagen Autoren neu schreiben und es immer wieder dann über Verlage abgerechnet wird und ständig Lizenzen anfallen. Was natürlich ganz neue Methoden auch in der Lehre ermöglicht, es geht hin von Open Curricula zu Open Seminars und Open Evaluation auch in der Gestaltung von wissenschaftlich oder edukativen Materialien. Da habe ich schon jetzt darauf angesprochen, Open Evaluation, ein ganz großer Bereich, Altmetrics vielleicht vielen auch ein Begriff hier, unterschiedliche Arten der Messung von Produktivität, Erfolg. Ich sehe das ein bisschen kritisch, auch hier muss man immer schauen, was wird da eigentlich vermessen und manchmal, wenn man so Altmetrics-Publikationen liest oder so, hat man das Gefühl, da gibt es eine regelrechte neuen Verwässungswahn, der wieder versucht, Dinge, die bis jetzt noch nicht quantifizierbar waren oder was weiß ich, Internet-Klicks und Likes und was weiß ich, was einzubeziehen. Aber was auf jeden Fall gut ist und ich will das jetzt auch nicht hier total dekonstruieren, ist, dass Altmetrics uns einen Blick schafft, eine andere Perspektive schafft, was eigentlich überhaupt passiert in dem ganzen Evaluations-Business, das ziemlich überhand genommen hat und zum Teil schon sehr selbstreferentielle Kreise schlägt. Und der letzte Bereich, der auch von der Open Police nicht als Open Science oft gesehen wird, ist, ich aber schon, ist der Bereich der Citizen Science jetzt ein Bereich, den auch die Politik heiß liebt. Es gibt den Glauben daran, dass man jetzt, indem man Citizens als Datensammler oder sogenannte Social Sensors einsetzt, man sich irrsinnig viel Geld aussparen kann und supertoll schnell wissenschaftliche Datensammlungen akquirieren kann. So ist das natürlich nicht. Citizen Science ist meiner Meinung nach nur dann gute Open Science, wenn die Citizens verantwortungsvoll und im großen Maßstab in das Forschungsprojekt eingebunden werden, das heißt, wenn sie schon im Forschungsdesign mitarbeiten können und so weiter und so fort, beziehungsweise wenn sogar Citizens selbst die Forschung ankicken, beziehungsweise wie das jetzt in Amerika war, zum Beispiel das ganze Fracking-Thema war sehr, sehr stark, also die kritische Haltung gegenüber Fracking war sehr stark geprägt von Citizen Science-Projekten. Es ist sehr spannend, sich das anzuschauen. Der Schwerpunkt liegt in allen Bereichen auf respektvolles Teilen und Kollaboration, auf Transparenz und Reproduzierbarkeit, auf Wiederanwendbarkeit und das Schaffen von wirklich auch Neuem. Und es soll so reflexiv sein, dass man irgendwie die sozialen Auswirkungen der Forschung mitbedenkt. Insofern, die Data Science-Gruppe hat da einen sehr guten Ansatz. Das Human Genome Project ist eines der Vorreiterprojekte, das irgendwie Open Science noch nicht unter diesem Namen betrieben hat. Wie ihr ja wisst, das Humane Genome, beziehungsweise dieses eine von damals, eines weißen kriminellen Mannes übrigens, ist entschlüsselt worden in einem unglaublich aufwendigen Prozess, der ganz viele Ebenen von Open Science betroffen hat. Unter anderem wurden hier neue kollaborative Plattformen, technische Plattformen geschaffen. Man hat geschafft, neue Methoden so zu tweaken, dass wirklich ganz, ganz, ganz viele tausende Wissenschaftler zugleich arbeiten können. Und es gab unglaublich innovative Industry, also Public-Private Partnerships. Die Industrie, die sich zuerst total gesträubt hat, dass so etwas, also das Genom nicht patentierbar sein wird, hat dann erkannt, dass da die Zukunft drin liegt und hat sozusagen mitgearbeitet. Und am Schluss hat sie am meisten auch davon profitiert. Also zum Beispiel die ganze amerikanische Ostküste und die Biotech-Cluster, die dort sind, leben oder bauen auf auf Erkenntnisse, die damals auch gewonnen worden sind. So, ja, also Open Science kommt mit ganz vielen Versprechen und ganz, ganz vielen Imaginarys, wie wir das nennen würden. Also das ist die eierlegende Wollmilchsau für die Politik zurzeit. Es war jetzt gerade eine große Konferenz bei der niederländischen Präsidentschaft zum Thema Open Science. Und das sind zum Teil auch leere Hülsen und viel Hype. Das soll alles transformieren und es soll dieses pyramidische Verhältnis zwischen Gesellschaft, Politik und Innovation in eine Art Gleichschenkeligkeit bringen. Ich gehe da jetzt auch nicht ein, ich glaube, so ein Bild spricht für sich. Es ist nämlich nicht so, weil das schaut alles in Wirklichkeit natürlich so aus. Das ist von mir dann das Design, das schaut nicht so toll aus wie deine Grafiken. Aber es ist auch sehr messy. Es gibt ganz viele unterschiedliche epistemische Kulturen, die Felder divergieren. Es gibt ganz neue interdisziplinäre Felder, die sich gründen, die müssen sich erstmal verstehen lernen. Es gibt immer noch das Problem der Kommunikation zwischen Technik und Wissenschaft. Oft wird die Technik als Hilfswissenschaft betrachtet. Und umgekehrt, also es ist irgendwie sehr, sehr schwierig. Es gibt unglaublich viele Probleme, wie man die richtigen Policies macht. Und was mir hier ganz wichtig ist, eine der Haupt-Visions oder Imaginarys der Politik ist, dass das alles eine Frage der richtigen Technologie ist. Also als ob wir nur die richtigen Technologien brauchen und dann wird das schon alles funktionieren mit der Kommunikation. Das ist diese typische technokratische Befreiungsutopie, die da immer mitschwingt. Und so ist das natürlich nicht. Und ich glaube, eben auch in diesem Raum hier wisst ihr ganz genau, wie viele soziale Aspekte immer mit der Technologie verstrickt sind. Technology is frozen society. Das ist auch so ein schöner Satz. Ja, weil das der netzpolitische Abend ist, kurz bevor ich hier ende, habe ich mir laut mal so ein paar Challenges für Policies aufzuschreiben. Ich will jetzt auch gar nicht im Detail durchgehen. Was mich immer noch am meisten ärgert eigentlich, ist die ganze Frage der Intellectual Property, weil ich habe diese Konferenz in Amsterdam, wo jetzt die ganzen wichtigen Stakeholder vertreten waren und sich gegenseitig mit Blasen beworfen haben, im Stream zugehört. Und es ist wirklich so, das wird immer von Open Innovation, Ecosystems und was weiß ich was geredet, aber kein Mensch wird so konkret zu sagen, okay, wie schaut das jetzt rechtlich wirklich aus. Und Innovation, wie wir wissen, dann basiert sehr, sehr stark auf diesem klassischen, strengen IP-Regime. Das heißt, irgendwie alles patentierbar machen und dann davon Kohle scheffeln. Und das Problem ist, dass die ganzen alternativen Verwertungsmodelle, die ja schon existieren, die auch schon praktiziert werden, zum Beispiel auch in wunderschönen Open Innovation Projekten in Afrika oder Indien oder auch bei uns im Vorarlberg, im Waldviertel und so weiter, dass die überhaupt keinen Einzug finden in die Politik bzw. auch extrem boykottiert werden. Und das ärgert mich einfach und da könnte ich mich unglaublich drüber aufregen, die ganze Zeit. Aber das ist einfach schade und ich habe auch mit Leuten eben von Creative Commons usw. schon über das geredet. Und es ist einfach in Europa, es ist in Amerika anscheinend leichter und in anderen Ländern und Kontinenten als in Europa. In Europa ist das ganz besonders arg blockiert. War ja auch schon Thema hier. So, und jetzt kurz bevor ich aufhöre, was man nicht vergessen darf bei der Open Science Bewegung, trotz all diesem Policy-Quacks, ist, dass das eine Bottom-up-Bewegung ist. Das heißt, jede von uns, jeder von uns, die ihr hier auch vielleicht Wissenschaft betreibt oder am Rande unkonventionellere Art von Wissen schafft, vergesst einmal diese Direktive, die man so eingebläut bekommen hat, Work, Finish, Publish. Das wissen wir längst, dass das so nicht funktioniert. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir, und das MetaLab auch ein schönes Beispiel dafür, dass man Skills trainiert, wie man zusammenarbeitet und wie man auch respektvoll und vertrauensvoll zusammenarbeitet. Dann schaut mal, wie weit ihr euch öffnet oder öffnen könnt. Schaut, wie sehr ihr Daten produziert, die man öffnen könnte, wie weit andere Formen der Kommunikation geöffnet werden können und haltet immer Ausschau danach, dass ihr neue Spaces, also neue Räume und neue Materialien erforscht und produziert. Und das, was ich dann sage, so eine Art Checklist, wonach soll man fragen, weil man soll ja immer fragen und in seinen diversen Institutionen auch immer wieder pochen. Das heißt, immer wieder darauf hinweisen, dass das auch Geld kostet. Das ist eben nicht billiger, wie manche denken. Und das ist ganz, ganz dringend auch eine Änderung im Reputationssystem braucht, weil jetzt immer noch die Wissenschaft auf dem basiert, dass man Papers schreibt und dann irgendwelche Indikatoren oder Impact Factors gemessen werden, dass man dann irgendwie den Hirschindex 155 hat, der so viel bedeutet wie 155 Mal wurden 155 in meiner Paper gezeitet. Mehr sagt er eigentlich nicht. Ja, und bedenkt, dass das alles auch Zeit, Raum und viel Kapazitäten und Ressourcen benötigt. Und das sollte man immer mit bedenken. So, zu viel, zu weit. Es gibt schon einiges zu dem Thema in Österreich. Es ist, wie gesagt, eine globale Bewegung. Wir könnten jetzt hier auch im Sinne des ersten Vortrags über andere Dimensionen in der Offenheit sprechen, aber das würde ich mir gerne ersparen, weil das eh auch irgendwie aufgelegt ist natürlich. Es gibt einen Artikel, der Open Science in Österreich ganz schön zusammenfasst. Es gibt ab Herbst die OANA weiter, die aber dann im Hinblick auf Open Science mehr aktiv sein wird, nämlich in der Arbeitsgruppe Future of Scholarly Communication. Es gibt die Open Knowledge Arbeitsgruppe, die auch, glaube ich, nachher noch ein bisschen da sein wird für ein kleines Tratscherl, wenn ihr Lust habt und wenn ihr euch dafür interessiert. Ich bin auch dabei. Ich kann euch herzlich dazu einladen. Und eine kleine Werbung muss erlaubt sein. Es gibt nächsten Montag ein Meetup, wo wir versuchen, also wir versuchen es mal, wir wissen nicht, ob wir es schaffen. Es sind ja unglaublich viele Strategieprozesse im Moment am Laufen. Also ich glaube, es war ja hier auch schon Digitales Österreich oder Open Innovation, whatever, irgendwas war hier auch schon präsentiert, kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Open? Roadmap. Digital Roadmap, genau. Also wir versuchen, die Digital Roadmap, die Ära Roadmap, Responsible Research und Innovation Guidelines, Open Innovation und all diese anderen Strategien, die irgendwie darauf abzielen, uns völlig zu verwirren und alle modulhaft fast das Gleiche sagen, wenn man sie genauer anschaut, einmal zusammenzuschauen und zu schauen, was bedeutet das eigentlich für die Wissenschaft und für die Offenheit von Wissenschaft. Ja, das war es von mir und ja, ich lade euch herzlich ein, bei dem Thema auch irgendwie dran zu bleiben. Danke. Vielen Dank, Katja, für den interessanten Vortrag. Es gibt schon Fragen im Publikum. Ja, danke für den interessanten Vortrag. Stichwort Reproducibility Crisis in den Sozialwissenschaften. Hatte einige Wellen geschlagen in den letzten Jahren. Wie siehst du sie, die Rolle von Open Science, um dieses Problem ein bisschen lindern zu können? Also, mit Reproducibility Crisis kann man Open Science immer eher nicht gut verkaufen. Es ist ja so, dass vielleicht einige von euch auch die größeren Skandale wahrgenommen haben. Also, es geht nicht nur darum, dass man irgendwie 60 Prozent einer gewissen sozialpsychologischen und psychologischen Forschung zum Beispiel nicht mehr reproduzieren konnte. Das ist ein sehr schwieriges Thema, weil Laborbedingungen, selbst wenn wir 50 Jahre lang Laborbedingungen hätten, auch Laborbedingungen ständig sich ändern und sehr, sehr kulturspezifisch sind. Das heißt, was das Ganze tut und deswegen finde ich, ist es ein sehr, sehr spannendes Thema. Es öffnet uns einmal die Augen über die Normen und das Ethos der Wissenschaft und führt uns vor Augen, was es eigentlich bedeutet, was bedeutet eigentlich Reproduzierbarkeit? Auf welche Ebenen und Dimensionen von Reproduzierbarkeit lohnt es sich zu schauen? In der Ökonomie ist das ja auch ein ganz großes Thema. Es gibt ja sogenannte Replication Challenges, wo eben man sich sozusagen daran messen kann, vorhandene Datensätze zum Beispiel nachzurechnen. Aber es ist tatsächlich so, dass ja nicht alles immer nur auf bösartigen Hintergehungswille basiert. Es ist ja oft so, dass man zu der Zeit, als das entstanden ist, einfach keine bessere Wissenschaft betreiben konnte. Dass die Situation so und so und so war, nachdem mit bestimmten Kontexten. Und dieser ganze Kontext ist eigentlich das Allerspannendste. Das interessiert mich ganz besonders. Das ist auch, was Data Science betrifft, so ein ganz, ganz, ein großes Thema. Weil plötzlich sind Daten so ein Gut, so eine Währung, Gold Rush, was auch immer. Die sind plötzlich, die schwirren so herum und man kann sie sich holen und sie sind irgendwie von Kontext beschnitten, weil natürlich das mit den Metadaten alles noch nicht so gut funktioniert. Und da ist auch die Frage, was kann man da überhaupt reproduzieren? Und ich glaube, das eröffnet wirklich eine hoch auch philosophische Auseinandersetzung mit, was es heißt, Wissenschaft zu betreiben. Deswegen finde ich es spannend. Ja, hallo. Erstmal vielen Dank. Ich wollte von Soziologe zu Soziologin eigentlich nur eine ketzerische Frage stellen, nämlich, wie viele Punkte und Impact Factor kriege ich jetzt für meine Dissertation, wenn ich ein Open Sciences Projekt mache? Weil, und das wurde ja dann auch schon angesprochen, das Problem der gesamten Bottom-up-Bewegung natürlich auf unglaublich starre, langsame Mühlen trifft, die in einem Bewertungs- und Hierarchisierungssystem natürlich nochmal an jemand anderen gebunden sind, die nicht aus ihrer Epistemic Culture eben herauskommen. Wie wird damit umgegangen? Das ist so die erste Sache und ja, ich glaube, das ist eine große Frage. Ich kann ja auch keine zweite Frage mehr merken wahrscheinlich. Diese Frage stimmt, also das weist hin auf das große Problem, dass die Mühlen langsam mahlen. Ich kann dazu nur sagen, also es gibt Studien, die zeigen, dass auch wenn das alte System noch in place ist, du und du deine Dissertation Open stellst, du trotzdem um circa 60% mehr Leser und Leserinnen generieren wirst und dann auch vielleicht mehr zitiert wirst in klassischen althergebrachten Medien, was dir wiederum sehr, sehr schöne, diverse Indizes bescheren könnte. Das heißt, du hast jetzt schon einen Vorteil, wenn du offen produzierst. Ich klinge wie so eine Verkäuferin, oder? Die das Konzept verkauft. Aber es ist natürlich so, dass du kannst auch Altmetrics verwenden, kannst dich sozusagen einnebeln in all diversen Zahlen und Klicks und Likes und Social Impacts und was weiß ich was. Die Frage ist, was bringst du dir selber? Und ich glaube, nur die musst du dir stellen. Und ich glaube, es ist am wichtigsten, dass du für dich entscheidest, bringt es mir was in meiner wissenschaftlichen Arbeit, wenn ich gewisse Teile davon offen mache? Will ich eine kritische Auseinandersetzung, eine Einmischung? Könnte das etwas bewirken, was mir nützlich ist? Ich glaube, das ist die einzige Frage, die du dir stellen musst und danach musst du entscheiden. Gibt es noch weitere Fragen? Diese Bottom-Up-Bewegung wird doch in den nächsten Jahren verstärkt auf den Top-Down-Approach der Horizon 2020-Projekte stoßen. Welche Interaktionen werden sich daraus ergeben? Wenn man nach den Imaginationen der Policymakers geht, hoffentlich Interaktionen mit der Wirtschaft, weil wir haben ja in Europa anscheinend das Problem, dass wir unsere Produktivität deswegen nicht steuern können, weil wir unsere wissenschaftlichen Ergebnisse nicht schnell genug in Produkte übersetzen können. Das ist eine sehr spezifische Denkschule, die das sagt, eine sehr ökonomische. und das ist die Interaktion, die gewünscht ist von Seiten der Politik. Ich weiß nicht so recht, ob das funktionieren wird. Von der Seite des Open Movements gewünscht sind ganz sicher Interaktionen und das glaube ich kann man trotzdem noch in Horizon 2020 gut verkaufen, weil das ja auch gefordert ist, sind Interaktionen zwischen Datenproduzenten, also zum Beispiel es gibt jetzt das letzte Mal wurde ja vorgestellt, das E-Infrastructures-Projekt. Es ist so gedacht, dass man einfach große Infrastrukturen ermöglicht, die untereinander einfach vernetzt werden und miteinander kommunizieren. Das ist glaube ich ein großer Bereich, der jetzt gerade mit viel Geld ausgestattet wird. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Könnte auf jeden Fall spannende neue Dinge ermöglichen. Und auch mal gewisse Eliten, also den Zugang zu gewissen Daten, der bis jetzt nur gewissen Eliten halt auch möglich war, auch verändern. Und eine Interaktion, die man, die auch von Bottom-Up gewünscht ist, aber die man auch unter Horizon 2020 gut verkaufen kann, ist die ganze Science in Society Szenerie, dass man eben sagt, man bindet sehr, sehr früh unterschiedliche Stakeholder ein und man setzt sehr wohl auch auf andere Arten der Wissensproduktion. Also das ist sicher etwas, was sehr, sehr spannend ist in den Sozialwissenschaften speziell, in diesem ganzen Bereich der Citizen Science, wenn sie respektvoll begangen wird, sozusagen. War das beantwortet? Ja. Ich hätte noch eine nicht gätzerische Frage, die sich eh immer daran richtet, wenn wir beim Thema Transparenz werden, welche Impulse Open Science oder Open Education bereits auf unseren Markt gesetzt haben? Nachhaltige vor allem. Also ich glaube, ich kann jetzt für Österreich und Open Education oder für den deutschsprachigen Raum für Open Educational Resources wenig sagen, weil da kenne ich mich wenig aus, da gibt es andere Experten und Expertinnen. Impulse, die ich aber bei Erfolgsgeschichten sehe, wie das eben in einigen afrikanischen Ländern zum Beispiel der Fall ist oder auch in einigen asiatischen oder auch zum Beispiel in Brasilien, ist bei Open Educational Resources, dass einfach diese Wissenshoheit, also wer hat die Hoheit Wissen zu schaffen, das dann gelehrt wird an Schulen zum Beispiel, dass das völlig neu distribuiert wird und ein ganz neuer Aushandlungsprozess ist. Das heißt, die Transparenz da, ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Frage beantworte, aber das ist etwas, was sehr viel schon verändert hat. Ich wiederhole es. Monetarisiertes Wissen in Buchform, habe ich das richtig? Ja, ja, ja. Das sozusagen monetarisiertes Wissen, das gekauft ist, das dann frei verfügbar gemacht wird. Also sozusagen die legale Variante von Sci-Hub oder so. Es gibt tatsächlich einige Open Access Journals, die begonnen haben, formerly monetized knowledge jetzt offen zu legen. Dafür kriegen sie manchmal Geld, dass sie das tun, manchmal auch nicht. Es gibt viele Autoren und Autorinnen, die ihre Werke, einfach auch, weil sie zum Teil keinen, weil es ihnen egal ist, was auch die Verträge mit den Verlagen anbelangt, betrifft, offen stellen. Also da ändert sich sehr viel. Aber es ist trotzdem so, dass wir, und das wird auch einiges im Denken verändern, natürlich jetzt in die Ära der Offenheit erst eintreten und das wird einfach auch sehr viel umschichten, wo wir nachschauen. Und es wird gewisse klassische Werke vielleicht dann auch in ihrer Wichtigkeit ein bisschen reduzieren. Wer sorgt dafür, dass dieses Wissen weitergetragen wird? Und wer stellt klar und richtig, was das richtigere modernisierte Wissen des Ganzen ist? Wer trägt für die Version 2.0 Sorge? Gibt das ein Gremium? Ein Gremium? Das Gremium? Ja, das illuminatorische Gremium. Es ist unterschiedlich organisiert. In manchen Ländern gibt es Gremien, die das irgendwie besprechen und auch zum Teil in einer sehr offenen Art und Weise. In anderen Bereichen gibt es ganze Communities, die darüber, also so Open Campuses, die zum Beispiel im Austausch stehen und Konferenzen organisieren und das besprechen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich gehandhabt. Aber irgendwo gibt es wahrscheinlich immer irgendein Gremium. Wir müssen jetzt, glaube ich, aufhören. Ja, wir müssen jetzt leider aufhören, auch wenn es spannend ist, aber wie gesagt, ich werde nochmal darauf hinweisen, es gibt nachher Bier und da kann man sehr gut diskutieren. Vielen Dank. Applaus Applaus